Hallo, ich bin Kathi Hendrich und Fußballerin vom FC Bayern München. Das Jahr 2019 wird ein sehr spannendes Jahr für uns, weil wir in allen drei Wettbewerben, sprich DFB-Pokal, Champions League und der Meisterschaft noch vertreten sind. Und wir möchten natürlich am liebsten um alle drei Titel mitspielen. Und außerdem steht dann im Sommer noch die Weltmeisterschaft in Frankreich an.